Ich denke, dass viele Patienten und viele Therapeuten sich nicht bewusst sind, dass durch die Einnahme von Medikamenten das Risiko für Depressionen und Selbstmorde steigt. Zu den häufigen Nebenwirkungen von mehr als 200 modernen Arzneimitteln zählen tatsächlich depressive Verstimmungen. Zu den betroffenen Medikamenten gehören zum Beispiel Antihypertensiver, Antiepileptika, Protonenpumpenhemmer, Analgetika und hormonelle Kontrazeptiver, wobei das Risiko nochmal ansteigt, wenn mehr als eins dieser Präparate gleichzeitig eingenommen wird. In den USA nahmen in den Jahren 2005 bis 2006 35 Prozent der Teilnehmer einer großen nationalen Untersuchung mindestens ein Medikament mit Depressionen als Nebenwirkung ein. In den Jahren 2013 bis 2014 waren es schon 38,4 Prozent und auch der Anteil an Medikamenten, die Suizidrisiko als Nebenwirkungen angeben, stieg in dieser Zeit von 17 Prozent auf 24 Prozent. Und hier finden sich die gleichen Medikamente, wie bereits genannt, sowie zusätzlich Antidepressiva und Angstlöser. Jeder Therapeut muss sich deshalb bei jedem Patienten immer wieder fragen, ob dieser das zu verordnete Präparat wirklich benötigt oder ob es nebenwirkungsfreie Alternativen gibt. Hierzu zählen zunächst Anpassungen des Lebensstils wie Gewichtsnormalisierung, Verzicht auf Rauchen, Reduktion der Belastung mit Schadstoffen wie Feinstaub oder Esmog, mehr Bewegung, gutes Stressmanagement und gesunde Ernährung. Aber wenn das nicht genügt, gibt es viele Möglichkeiten, nebenwirkungsbelastete Medikamente zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren, zum Beispiel aus dem Bereich der Orthomolekularen Medizin oder der Phytomedizin mit teilweise guter Evidenz bei vielen Indikationen. Ich möchte deshalb alle Kolleginnen und Kollegen anregen, sich intensiver mit diesen im medizinischen Mainstream nicht so bekannten Maßnahmen zu beschäftigen und mehr darüber zu lernen. Und betroffene Patienten möchte ich anregen, mit einem auf diesem Gebiet erfahrenen Therapeuten darüber zu sprechen, wo Möglichkeiten bestehen, nebenwirkungsbelastete Medikamente durch nebenwirkungsarme Präparate zu ersetzen, um Depressionen und suizidale Gedanken vermeiden zu können. Oder wie Sie zumindest die genannten Nebenwirkungen mit schonenden, aber wirksamen Präparaten behandeln können, ohne neue Nebenwirkungen zu provozieren. Denken Sie darüber nach, bis zum nächsten Mal, da bleibe ich heute, Ihr Udo Böhm.